Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, ich bin Marcel von EA Games und wir spielen bei der Hogwarts Legacy. Ja, bevor wir mit Sebastian in der Krypta sprechen, oder beziehungsweise wieder nach Hogwarts zurückkehren, würde ich sagen, wir schauen... ...wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. ...wir schauen kurz mal, was hier so abgeht, ähm, noch in Feldcroft. Ich würde gerne nochmal die Ausrüstung anschauen, ob wir hier ein paar Sachen verkaufen können, das kann weg. Äh, ja, das kann theoretisch auch weg. Hier und hier, ja, das kann auch weg. Also hier ist ein Händler, dann würde ich ihn gleich mal besuchen. Ja, gleich mal das ganze Zeug mal hier behalten. Aber der Händler ist gar nicht mehr da, denn der Händler, ja, der dachte sich, hey, die Hütte brennt, ich schau lieber ab. Ja, das muss hier sein, muss auf jeden Fall noch irgendwie... ...ne Truhe. Ich gehe nochmal kurz nach oben. Äh, ach hier ist die Treppe. Da liegt Geld. Okay, noch ein bisschen, ein bisschen looten hier. Ähm... Okay, ah, so, dann... ...müsste hier noch was sein. ...hä? ...revelio. Ah. Cool, das können wir ja schon mal ausschließen. Was haben wir denn hier? ...revelio. Was haben wir denn hier? Okay, also so mega viel ist hier auch nicht. Aber hier muss doch noch irgendwas sein. Revelio. Wahrscheinlich da draußen. Okay. Ähm... ...m-m-m. Okay. Feltcroft, Sammeltruhen, 3 von 4. Oh. Demiguys ist hier auf jeden Fall mal eine Statue. Revelio. Ich freue mich gerade, wie es sein soll. Ich freue mich gerade, wie es sein soll. War die Fläche drinnen? So, da ist noch eine, eine fette Truhe. Oh. Oh. Sieht mir auch nicht so schlecht aus? Ähm... Ja. ...ih... Ich frage mich gerade, wo der Demi-Guys ist. Es muss doch hier irgendwo sein. Da oben ist ein Sank. Wer hier wohl wohnt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wo ich den Demi-Guys... Das kriegen wir auch nochmal auf. Reveilion. Da ist echt viel Plunder hier dabei. Muss man ja wirklich sagen. Aber er sagte ja, auf jeden Fall in der einen Hütte hat er gesagt, oh, was haben wir denn hier? Das Meisten sagt er das erst nur, wenn er wirklich ein Demi-Guys ist. Ich gehe da nochmal rein. Vielleicht ist da tatsächlich einer und ich habe ihn nicht gesehen. Da ist er doch. Hier. Okay. So, dazu müssen wir kurz mal warten. Okay, eine Truhe muss hier noch sein. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Reveilion. Wieder mal auf Abenteuer. Da ist was. Da ist was. Hier ist was. Alohomora. Okay, damit hätten wir, glaube ich, alle Drohnen geschafft. So, oder? 4, 2, 1, okay. Sehr gut. So, jetzt würde ich gerne nochmal, hier haben wir auf jeden Fall nur einen Gegner. Wer möchte ich dagegen? Den würde ich mir mal gerne anschauen. Den Guten. Der Gute, das weiß ich nicht, aber... Schön, dass du mal... Oh, wie gerne hätte ich jetzt den Speckpilz eintoppt. Sieht nach Ärger aus. So kann ich hier nicht landen. Freunde. Ich will hier landen. Oh, meine Tatsache, der Lach. Oh, meine Tatsache, der Lach. Okay, wir werden zu spät. Oh, ich bin der Lass. Kotzio. Oh, ich bin der Lass. Ich bin der Lass. Oh, ich bin der Lass. Kotzio. Das war's? Ja, what? Wirklich jetzt? Das war alles? Hä? Ist der Gegner da jetzt weg oder was? Okay, da hab ich wirklich nicht so mega schwer. Okay, so dann machen wir mal Merlin hier. Merlins Rätsel. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Okay, sehe ich schon. Ähm. Mein Gott, die Island Kugel kann ich hier jetzt nicht treffen. Ich bin immer noch welche da. Ich bin immer noch welche da. Ich bin immer noch welche da. Ach, dahin. Okay. Okay. Oh, man. Den einen müssen wir noch treffen. Jetzt werde ich vernichtet wahrscheinlich, weil hier die Zwischensequenz kommt. Achio, du wirst mich nicht aufhalten. Kutio. Was ist denn das für ein Sound jetzt? Revenio. Oh mein Gott. Grausamkeit 2. Oh mein Gott. Okay. Das ist ja richtig gut. Grausamkeit 2. Das war glaube ich... Oh, das muss ich jetzt mal schauen, Freunde. Ich glaube, wir haben nämlich das gefunden, was ich gesucht habe. Grausamkeit 2 bedeutet... Ja, hier bin ich verkehrt. Ich glaube, wo war das jetzt hier? Hier war das auch nicht. Versuche ich denn das jetzt? Das hier? Ähm... Auch nicht. Hier. Ja. Aufträge... So. Ne, das ist das noch nicht. Das ist das hier. Yes! Deutlich erhöhter Schaden mit Kutio. Oh mein Gott. Das ist genau das Ding, was ich so gesucht habe. Das ist... Oh Gott. Jetzt wird richtig gemetzelt hier. Okay. Ja, hier ist auf jeden Fall was. Hallo, Romora. Hallo, Romora. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. I don't care. Ist mir völlig egal. Okay, ist wieder Plumber. Ich weiß gar nicht, ob der Sound hier jetzt gerade defekt ist. Irgendwie... Okay. Mh... So, ich glaube, dann hätten ja Feldkopf hier jetzt alles irgendwie erledigt. Ähm... Ich schaue nochmal. Ah, also hier haben wir auf jeden Fall... Okay, hier ist... Fuh... Fuh... Fuhwump... Fuhwumpan? Äh... Habe ich die denn? Wollen wir mal schauen. Fuhwupa. Die habe ich schon. Okay. Das heißt, die müssen wir nicht mehr fangen. Ja, okay. Troll. Ist mir egal. Ich würde sagen, wir fliegen einmal noch da hin. Wir machen mal so einen Kreis hier. Und dann kehren wir wieder zurück. Und dann gucken wir mal, was denn der Gute... Hier ist noch Merlin. Okay. Welch angenehme Überraschung. Okay, wir werden, glaube ich, angegriffen hier gerade. Okay. Oh, ich sehe so was Flitzel. Da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Okay. Okay, irgendjemand macht hier gerade Alarm. Was? War wer? Ach hier. Orana. Ach, Tag kämpfen will ich. Okay. So, also. Dann machen wir das mal so. Äh... Konfretel. Einmal. Schnell. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Oh mein Gott. Ich habe Merlins Aufgaben abgeschlossen. Oh. Wie cool. So, jetzt können wir hier tatsächlich alles... Äh... Äh... Herausforderungen. Äh... War das bei Erkundung? Äh... Yes. Okay, noch 20 Dinger. Neue Inventarplätze. Vier, vier Plätze haben wir jetzt noch bekommen. Das ist ja schon mal sehr nice. Was? Die Spinne lebt wieder? Gefunzung! Konfretel! Kommt jetzt hier auch hoch oder was? Kroatio! Gepinning! Pompada! So, ich weiß gar nicht, was... Achso, hier ist eine Hülle. Ah, okay. Hier muss irgendwie... Das sollte ich untersuchen. Oh nein. Oh nein. Was bedeutet das denn? Bombarda! Arresto, Moment. Okay. Vengardium Leviosa, Reveille. Es folgen. Tatsächlich habe ich keine Ahnung, was ich damit jetzt machen soll. Hä? Was zum Henker war das denn gerade? Okay, egal. Wir haben jetzt ein bisschen gelootet hier. Jetzt würde ich mich mal interessieren. Du wirst leiden. Ätherio, viel zu dienen. Was hast du getan? Was hängt hier ein? Entfernen. Halten gut. Wir haben nicht verletzt. Ich werde nicht... Bombarde. Akio. Gepindel. Und... Zeigenschaft. Kultier. Nein. Oh, wir haben ja noch einen Merlin. Noch einen Merlin. Ja, oben. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Sie haben ja echt viele Prüfungen hier. Okay. Oh mein Gott. Das wird jetzt echt... Okay. Dann würde ich sagen, auf geht's. Nein, wir springen ins Wasser. Der Vollkottel, echt. Okay, aber ein neues. Einmal. Und wieder ins Wasser. Das ist echt nicht... Echt nicht so einfach, muss ich mal sagen. Okay, komm, wir schaffen das. Jetzt gehen wir, jetzt schaffen wir das auf jeden Fall. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Merlinsprüfungen kriegen mich nicht klein. Okay. So. Jetzt müssen wir hier schauen. Trollverstück. Ist egal. Stimmt, da wollte ich kurz noch mal fliegen. Ich hab das Gefühl, du versuchst es nicht mal. Amit war bestimmt schon mal hier. Ja. Guck. Ich hab das. Was? Guck. 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 Und wieder. Guck. 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 Da ist auch noch ein. Oh mein Gott. Das ist ja irgendwie alles. 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 Okay. Also wir müssen mal. Das ist ja irgendwie alles. Das ist ja irgendwie alles. Okay. So. Dann schauen wir mal. Also wir haben hier auf jeden Fall noch eine Schatzgewölbe. Okay. Ja. Schatzgewölbe. Die Dinger muss ich tatsächlich noch nicht machen. Und ich will sagen, die machen wir ja nächstes Mal. Wir können jetzt nach Hogwarts sprechen mit Sebastian. Mal schauen, was der Gute uns zu sagen hat. Was? Wir können uns vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Okay. 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 So. Dann gehen wir mal. Okay. Okay. Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha. Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Es… Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Omenis wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Okay. So, ich würde jetzt gerne, jetzt schauen wir nochmal kurz, bevor wir jetzt hier aufhören. So, Flipendo. Okay, können wir lernen. Sprech mit Arbit. Okay. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal kurz zum Raum der Wünsche. Und schauen kurz mal, ob wir irgendetwas schön upgraden können. So. Erstmal gehen wir mal zum Tisch. Wir haben nämlich ein paar Gegenstände bekommen, die schon, glaube ich, gut sind. So. Ähm, ich bin natürlich im falschen Menü hier gerade. So, wir müssen hier rein und einmal dahin bitte. So. Bekleidung. Wir haben das hier. Erhüllt erscheinlich alle Pflanzen. 75, 61. 75. Okay. Wir rüsten das schon mal aus. So, dann. Ähm. Wir haben 82. Hier tatsächlich würde ich es lassen. So, hier gucken wir mal. Wir haben 81. Das geht runter, das geht runter, das geht auch runter. Ja. Das können wir auch so belassen. Hier. Oh mein Gott. So. Hier habe ich die ganze Zeit erhöht erscheinlich mit kurzem gehabt. 61. Das geht mit Sicherheit ein bisschen besser. Ähm. 61. 76. 85. Okay. Tatsächlich ist das hier so das beste, das man haben kann. Das können wir nochmal upgraden. So. Hier haben wir 81. 60. Alles andere ist nicht gut. Oh ja. Das ist natürlich schon mal eine Nummer. 56. 23. 56. 77. 63. Okay. So. Das bedeutet also, wir könnten jetzt nochmal hier ein bisschen upgraden. Müssen wir mal schauen. Okay. Perfizile. Genau. Das haben wir ja nicht. Den Schal ab und zu. So. Jetzt muss ich das nochmal suchen. Das ist genau der hier. Okay. So. Wir brauchen eine Feder eines D-Recalls. Okay. Das lässt sich machen. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir machen die Federn des D-Recalls. jetzt. Kurz mal hier. Die Recall haben wir ja hier. Beschwimmen. Ist das der hier? Ne, das ist Kniesel. Hier ist Knull. Das ist der hier. Okay. Ähm. So. Du kannst jetzt ein bisschen essen. Mein Freund. So. Ich. Wolle euch nur zeigen, wie man hier Upgrade noch macht. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und gehen in die Hauptquest weiter. Okay. Okay. Wir haben drei Federn bekommen. Sehr gut. So. Also. Das bleibt. Das bleibt. Hier. Der Hörderschein mit Confringo. Ähm. Ich würde tatsächlich sagen, mit Rombarder. Okay. Verfluchte Ziele ist in Ordnung. Bombarder ist in Ordnung. Erhören durch alle Magie Wurfe. Ist auch okay. Ähm. Genau. Hier machen wir mal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mit Confringo. Und. Und. Hier machen wir auch nochmal. ein bisschen. Ja. Ich habe jetzt zweimal Bombarder. hier. Ja. Ja. Das ist glaube ich jetzt eine gute Mischung. Jetzt haben wir ja unseren. Schauen wir uns mal die Ausrüstung an. So. Deutliche Erhörderschein mit Confringo. Okay. Bombarder. Erhebliche Erhörderschein gegen verfluchte Ziele. Deutliche Erhörderschein mit Confringo. Die Findung. Und Bombarder. Sehr gut. Okay Freunde. So. Wir machen in der nächsten Episode weiter mit der Hauptquest. Und. In dem Sinne. Haut rein. Ich danke euch. Fürs Zuschauen. Dann gerne ein Abo. Ein Like. Aktiviert auch die Glocke. Um die nächste Episode nicht zu verpassen. In dem Sinne. Danke. Ciao. Ich bin raus.